Eigentlich haben die Kalifornier ihr neues Model 3 ja schon im Sommer 2016 vorgestellt. Und viele haben auch gleich vorbestellt. Aber die Serienversion war das noch nicht. Für Ende 2017 wird noch am Cockpit gefeilt und Ende des Jahres soll dann das erste Tesla Model 3 an einen Kunden gehen. Die Reichweite soll mindestens 350 Kilometer betragen. In weniger als sechs Sekunden ist das Model 3 laut Tesla von 0 auf 100 kmh. Fünf Personen haben im Model 3 Platz, bei den Assistenten wird es serienmäßig den Autopiloten geben. Wir sind ehrlich gespannt, ob Tesla den Marktstart Ende des Jahres halten kann. Aber vielleicht hat der Weihnachtsmann Jahr 2017 schon so einen Elektroschlitten als Geschenk dabei.